Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich euch schon wieder mal etwas vorbereitet. Ein IC-Wagen nennt man ihn. Gebrauchter. Merzen startt ab. Ja, das ist derselbe Tag, wo mit dem IC ist. War eigentlich der da. Hab heute schon wieder. Hab heute auch Geburtstag. Also hab heute schon wieder. Also nicht schon wieder. Hab immer noch Geburtstag. Geburtstag. Also das ist erst Viertel. Wie nennt man das? Viertel vor eins. Und meine Geburtstagsparty wird um halb vier. Ja. So. IC. Ja, ein richtig schöner Zug. Nehmen wir es also. Ein IC. Ist natürlich schön. Oh. Richtig schön. Ja, richtig schön. So. Gucken wir den Wagen uns erst mal an. Da ist er. Diese brauchen wir jetzt nicht. Aber ich schmeiße die trotzdem nicht weg. Weil so. Ich sehe. Schon jetzt zurück. Ja. Ich sehe. Richtig schön. Lass mal gucken wir uns den Wagen uns erst mal an. Was mir noch gefällt, ist dieser zwischen Ausgang und Tür. Seht man jetzt da, ähm, nicht so gut. Aber besser als beim Unboxing. Ja. Ja, richtig schöner Zug. Also wo sind sie schon wieder? Da lässt man auskommen und... Ja, richtig schön. Ja, ein doppelter Zug. Da hat es richtige Kupplung. Nicht so wie letztes Mal beim ICE. Nicht so wie heute beim ICE. Ja, das ist ganz schön. Was ich noch da denke, ist noch... Ja, was ich noch denke, ist ein ganz schöner Zug. Und zweite Klasse, ein Doppelstockzug, zweiter Klasse, wo liegt man das? Da ist die zweite Klasse. Natürlich ist es zweite Klasse. Warte, Tobi, nicht jetzt da. Da ist es. Ja. Ein richtig schöner Zug. Guck mir den Wagen an den Schienen an. Können wir noch eine Lok anhängen? Wenn ihr wollt. Ein Lok anhängen, aber... Jetzt will ich lieber ein Video machen, wo ich Loks teilen. Und wo ich... Ja, so ist ganz schön. Was sieht der von oben aus? Also ja, ganz anständiger Zug. Ja. 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 Und wir mal ihn vom Weiten an. Ja. 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 Und jetzt... Ja. Das ist ganz schön. Ja. Läuft mega schön. So. Da sind die Scheiben und alles. Achtung. Ja. Ist mega schön. Ja. Und ja. Schreibt Kommentar. Und... Ja. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja. Bis zum nächsten Mal.